So, alles zu mir. Hier liegt noch ein grüner Schild. Können wir einfach mal durchfliegeln. Alter, die geht ja nicht um, du Scheißdie. Boah, 7000er Crit, Alter. Was für ein Soldaten, ein Schock-Artefakt. What? Danke. Ich hab'n Level up. Schon wieder? Ja. Level jetzt auch irgendwie mal als Erster. Weil ich's kann. Jaja. Das stimmt, glaube ich. Nicht immer. In letzter Zeit irgendwie. Oh, ist ein Maschinengewehr für mich. Ah, ja, danke. Weiter links, weiter links. Ah, rechts. Ah, danke. Ich erschieße ihn, glaube ich, doch lieber. Naja, besser ist. Aufsehen! Was ist denn da oben über diese Brücke irgendwie drüber? Schlackel zu im Nahkampf! Was soll das, du Arschlo? So, krass. Entschuldigung, ich wurscht schon wieder. Wie ein Irrer. Was soll trotzdem da irgendwie hochkommen? Ähm, wenn ihr hoch wollt, dann kommt's hier lang? Vielleicht? Ja, gleich. Jetzt sind wir grad im Kampf. Vielleicht auch hier. Ja, ich brauch Heilung. Ja. Hier liegt noch ein Medi-Pick. Bei dich. Das ist der unten links. Ja, ich hab da ganz viel G von. Tje, la teenage. Cheers. Ja. Dooley, ich muss da gut erledigen. Okay, aber die brauchen wir unbedingt. Das gute Stück ist gerade leer gegangen, da kommen wir das ganz rechts. Was macht ihr denn hier? Was hab ich denn jetzt hier von der Waffe? Hat die kleine auch? Ja. So, das kann man leben. Danke. Danke. Gelabelt. Was hab ich hier von deinem schlechten SMG? So. Lebt hier noch irgendjemand? Naja, wir halt, ne? Das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt. So, irgendwie über die Brücke rüber. Gegner. Oh, was war das jetzt schon wieder? Super. 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 Hey, ich hab das D gedrückt. Wenn keiner an mir kratzt, dann... Ah, dann fühl ich mich nicht mehr tot. Bei der Anzahl an Gegner ist es gerade ein bisschen schwierig auch mit kratzen. Das ist ja nicht das Ding. Das ist ja nicht das Ding. Ich bin diesen vorgegen, komm. Was? Alter, geiler Fight. Hat mir irgendwie gefallen. Wir haben kaum Todesopfer. Nichts wesentliches, ne? Wir haben nur einen verrückten Psychopath in die Gruppe aufgenommen. Aber ansonsten, oder? Alles will noch. Ich bin schon wieder getrunkt. Ja, es kann noch irgendwie. Ich muss mir jetzt Revolver-Upgrades kaufen, glaube ich. Leben alle her. Aber die Medipacks legen lassen, ne? Da liegt noch eins. Töte sie! Töte sie! Schießt sie alle nieder! Ah! 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 So. Jetzt zählt der Schuss aufs Fass und dann passt das auch. So. Und das hier. Komm. Komm. Okay, das hilft. Jetzt war nicht das los, oder? Das ist süß. Das sieht doch gut aus. Hier ist ne SMG, ne kleine. Wir müssen eigentlich über die Brücke. Weil die kommen wir nicht durch. Über welche Brücke? Wir haben da gar keine Brücke, ne? Da unten ist ne Blockade. Aber wenn man hier den Schalter zieht. Genau den. Den hab ich nicht gesehen. Ja. Komm. Ja. Wir waren wir nämlich schon mal. Geil. Nein, das ist gar nicht dran. Aber wo ich gesagt hab, ja, ich zieh mal den Schalter, ob man hier woanders war. Das ist aufgelangen. Ich hab den Scheiße gefühlt. Ja. Ja. Das ist doch. Braucht jemand kein Mediket? Komm. Ich bin mit dem Rollweb. Die Rollweb ist nicht weit, also. Es ist umgehen. Ich bräuchte halt. Naja, ich lass dich. Ja, jetzt brach ich halt. Ah ne, ich lass dich liegen. Ich nehm Deckung hinter dir dick, Alter. Oh, ich hab keine Granaten mehr. Oh. Ich seh nix. Kann ich damit aufheben? Ja, das muss selber aufgerufen werden. Ja, Ami kann das auch schon. Danke. Schmeißt doch mal Granaten, ne? Wie der Daumen kann ich mal schmeißen. Guck dir her. Wir werden hier flankiert. Okay, jetzt hab ich ihn genau umgeschossen, aber danke. Oh, scheiß Kartoffeln. Alter, wie viele das hier sind. Schmeiß einfach mal danach. Oh, oh, okay. Uiuiuiuiui. Ach, Flo. Der Explosive Bouncing. Da ist ganz viel Revolver-Money. Ja. Weil ich die ganze Zeit nur mit dem Dingballer... Ich hab ihn mal gefunden. Ah, okay. Oh man, der ist ja langweilig. Der war wirklich langweilig, ja. Und er schreit und schreit und schreit. Gib ihm doch einmal die Flasche hier irgendwie. Ich bin die groß. So, ich muss jetzt mein Level-Up mal, ähm... Haben. Ja. Mach mal. Macht jemand ein Medikid? Macht jemand ein Medikid, sagt? Ich seh ne Waffenkiste. Ich schnäuze mich mal unauffällig. Waffenkiste gefunden mit ner Sniper und SNG. Sniper ist Mist. Ist umgehe auch. Ähm, so. Jubi ist wieder da. Wiii. So, dann haben wir das geschafft. Und wir müssen die, äh, wieder da unten abgeben, okay? Dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie einen Port-Punkt ins, äh, nächste Gebiet finden. Also, das davor eigentlich genau genommen. Und warum laufen wir eigentlich komplett zurück? Können wir nicht da drüben einfach runterspringen, wo die Kiste war? Äh müsste eigentlich schon, ne? Ja-o, komm on. In diesem Sinne. Hüüüpf. 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 Hüüüüpf. Das sieht eh voll uncool aus. So, UV-Flame abgeschlossen. Haken machen. UV, gib dich drauf ein. Haken machen. Wir wissen, was du auf Haken machen. Check. Check. Ah, hier gibt's wenigstens die großen... Äh, hier gibt's deine SM... Äh, hier gibt's deine Upgrades für Revolver. Achso, die wollte ich mir ja noch holen, genau. Weil so 58 Schuss bringen sie irgendwie nicht. 58, hab 120. Ja, mit dem Revolver? Mhm. Ja, hast du schon ein Upgrade geholt? Ja, das blaue. Das epische noch nicht, das war mir zu teuer. Ah, okay. So, schauen wir mal. So. Jetzt hab ich 138 dabei. Snap auf 96. Ja, komm, das nehmen wir. Okay. Wobei, ich kann auch mal eben verkaufen gehen. Jep. Aber Waffen... äh, Waffen sag ich schon. Munition heißt das Zeug, nicht Waffen. Ich verwechsel das immer. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, ist ja fast das gleiche. Waffen und Munition. So. Ein bisschen Munition für meine neue Pumpe. So, also für meine neue Pumpe ist gut. So. I'm ready. I'm ready to roll, bitches. Okay, dann gehen wir mal zurück in das Gebiet hier. Wenn der Skander fertig ist. Ja, dann fertig. Äh, ist das hier nicht ein Beampunkt? Ja, aber wir müssen eh ins andere Gebiet, ne? Weil wir da noch Quests haben. Okay. Jetzt ist Flo noch nicht fertig. Hm. Irgendwas schießt auf mich. Hm. Ich hab grad von irgendeiner Seite Schaden bekommen. Flo, bist du denn fertig? Jep. Drei. Zwei. Eins. Fertig. Da oben hängen die Jungs da einfach nur so rum. Ja, die chillen ein bisschen. Mein, äh, Ding ist ab- abgeschmiert. Mmh. Z2. Okay, dann bis gleich. tschüss